Das finde ich auch ein schönes Bild. Man hat ja früher gesagt, in meiner Jugend Schwerter zu Flugscharen. Jetzt hat man ja Kaserne zu Filmstudios gemacht. Allein schon das ist das Symbol. Und daran teilzuhaben ist schon eine schöne Wandlung. Teilhabe daran zu haben, auch an den Entwicklungen der Studenten, die begleiten zu können über vier Jahre oder fünf, wie die ihren Weg hier machen, es zu erleben. Wie sie ankommen hier, gibt es immer zwei Arten. Wer kommen sie so an? Ganz groß, ich habe schon das gedreht und so was. Da begleiten sie gern mal ein bisschen auf so eine Ebene, wo man sagt, das kann ich dann da gut vorankommen. Und es gibt welche, die vielleicht genau andere Richtung brauchen, die finden sich dann auch wieder. Und dieser Moment, der irgendwann mit sich stattfindet, das ist wunderschön. Und gleichzeitig in der Dynamik zu sagen, wie sich der Ort hier weiter verändert, immer noch entwickelt. Wie sich diese Medienlandschaft, Filmlandschaft, wie sich weiterentwickelt, neue Perspektiven. Also man ist an mehreren dynamischen Prozessen beteiligt, beim gleichzeitig älter werden, reifer werden. Und da in dieser Geschwindigkeit mitzuhalten, das ist eine schöne Lebenserfahrung. Wir teilen das Ganze zusammen.